So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable mit mir und der Vicky auf ins Special Star Stable Star Rider Angebot Wochenende. Sag hallo Vicky. Hallo. Denn es ist mal wieder Special Lifetime Angebot, aber nicht mit den reduzierten Preisen, sondern mit 4.000 Star Coins. Ganz genau, das heißt, wenn ihr vorhabt, dazu noch euch Star Coins zu holen, ist das das bessere Angebot. Wenn ihr es nur möglichst billig haben wollt, dann ist das andere das bessere. Ja, weil die 3.000 Star Coins, die Unterschied sind, die sind nämlich definitiv mehr wert als der Preisunterschied. Wie ich die Questreihe finde, die bisher besteht, finde ich an sich cool, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Ihr wisst ja, da ich WoW mag und das mich so ein bisschen an so dieses ganze Mdalaran und alles erinnert hat mit der Blase, fand ich das ziemlich cool eigentlich sogar. Ich finde es geil, dass es einen Plot-Twist gibt, dass jemand, der eigentlich gut war, jetzt irgendwie dann doch nicht gut ist, sondern irgendwie fies und garstig und gemein. Aber ihr wisst nicht gut aus. Wir denken auch zum Beispiel immer, dass die Vicky voll nett ist und dabei hat sie ins Essen gepupst. Waaah! Das dachte ich mir ganz genau so war's. Ich habe nicht in mein Essen gepupst. Ja, nicht in deins. Was? Ich habe in Janas Essen gepupst? Jetzt hat sie es zugegeben, habt ihr es gerade gehört. Sie hat es ganz klar zugegeben. Hä? Das war eine Frage. Ich bin am Ende des Saks in der Stimme hoch. Ach so. Hi ihr! Hi XD Zocker! Hi Basten! Und wo du willst! Hi Gracie! Hi Galaxy! Miss Paisley! Natascha! Gaming Cookies! Mira! Natascha! Lifetime Focus! Hi ihr! Wir sind auf Server 1 und ich versuche mal noch die ganze Zeit hier Loretta anzuklicken, aber die ist ja gar nicht da. Ich habe ins Licht geklickt, außer... Ich war so in den Gedanken. Ich bin hingeritten und habe einfach geklickt und er war nichts. Oh wow! Ist aber ein Swinterstar. Ja. Ich vermisse Loretta jetzt schon, weil sie hat immer so viele... Loretta war voll böse. Ja, aber sie hat so 250 XP. Ach so, ja. Die hätten mein Pony schneller ausgelabelt. Ja. Ich hasse sie dafür, dass sie weg ist. Wie kann sie nur? Und warum gibt uns die andere Bobcat-Frau da kein Rennen mehr? Weil das Rennen zu einfach ist. Vor allem, wieso gibt das Rennen bei Sophia weniger Erfahrungen als das von Ten? Das ergibt so gar keinen Sinn. Ja, ich mag Ten schon immer lieber. Das von Ten ist viel einfacher. Ja, Ten ist einfach sympathisch deswegen. Ich habe keine neue Freundin, Caro. Loretta ist weg. Habt ihr es noch nicht gesehen? Da, blut. Sophias Rennen ist auch weg. Ja, Sophia ist einfach... Sophias Rennen ist mit Loretta verschwunden. Ja, Sophia dachte sich... Nein, ich traue jetzt meiner Freundin. Ja, ich gebe euch keine Sachen mehr. Geht weg. Ich gebe euch jetzt keine Rennen mehr. Lauf doch selber im Kreis rum. Und gebt euch dafür Schillinge. Ich kann euch doch ein anderes Geld geben. Ja, gib doch du mir Geld und ich dir. Nee. Nächste Woche geht die Sorry Quest weiter. Hey, Luisa. Aber fragt ihr mich alle, ob ich eine neue Freundin habe? Nein, habe ich nicht. Ich ziehe nur um. In der Wohnung ist keine Freundin inbegriffen. Oder vielleicht doch. Ich muss mal gucken. Vielleicht wohnt da ja noch wer. Deine Opa. Nein, mein Opa. Das war nicht lustig. Wie geht immer? Mein Opa liegt im Krankenhaus. Aber... Vielleicht wohnt dein Papa ja dann. Nein, das wohnt ja nicht. Außerdem ist mein Papa dann immer noch nicht meine Freundin. Aber vielleicht doch. Nein. Vielleicht die Nachbarin. Nein. Die ist voll alt. Ach so. Egal. Also. Nein. Übrigens, ich habe heute erfahren, dass anscheinend das Internet installiert ist in der neuen Wohnung. Das heißt, es wird vielleicht sogar direkt morgen Abend den ersten Stream in der neuen Wohnung geben. Oder der Techniker ist verbrutzelt und hat sich deswegen... Ja. Oder der Techniker ist gestorben. Aber der hat am Ende nicht mehr gesagt, ob er fertig geworden ist. Er hat nur gesagt, ich repariere jetzt das... Das hat er aufgelegt. Genau so war das. Ja. Okay. Nicht alles an diesem Satz stimmt. Hm. Vielleicht hat er nicht... Vielleicht hat er einfach nur brutzelnd angerufen. Nein. Brutzel, brutzel, brutzel. Eine Wohnung mit Freundinnen inklusive. Ja, das wäre doch voll die geile Wohnung für Singles. Sowas wie... Solange sie hier wohnen, haben sie eine Freundin. Wenn sie ausziehen, halt nicht mehr. Das ist die neue Masche. Ich finde, das ist die absolut beste Masche. Und was ist für die Leute, die eine Beziehung haben? Naja, die kaufen ja keine Single-Wohnung. Ja, aber wenn die Wohnung schön ist... Ja, dann müssen sie damit leben, dass sie dann zwei Freundinnen haben. Ach so. Oder getrennt sind. Wenn man weiblich ist. Ja, dafür gibt es ja die männliche Variante. Ach so. Ich hole mir auf jeden Fall noch ein Pony, das weiße dann halt. Aber erstmal mache ich mit dem ein bisschen die Highscore-Rennen. Ich habe gestern alle meine Highscores geknackt. Das ist krass, ne? Hm. Hi Maya, hi Ava und hi Melly. Übrigens wird das heute ein längeres Streamen, also wieder so zwei Stunden, aber das wird wahrscheinlich der einzige heute sein. Weil ich danach alles abbauen werde. Harbi, du musst uns einpacken. Ja, ich muss einpacken, umpacken, aufräumen und das mache ich dann halt alles. Und ich gucke, ob ich dann euch morgen so ein bisschen daran teilhaben lasse. Per Instagram oder sonst was in der Art. So lange in zwei bis drei Wochen, die bei mir, durfte das ziemlich schnell gehen. Weil ich habe ja die Wohnung schon vorher eingerichtet. Also ich habe ja extra, damit ich für euch keine Downtime habe, bin ich jetzt schon seit Wochen hier da am Rumruhwerken. Das ist die... Cooler Thumbnail, ja voll nice, ne? Oh ja, das erinnert mich an die Warteschleifenmusik, Harbi. Wie lange ich schon streamen? Ich habe gerade erst angefangen. Tach, Simone. Was habe ich da eigentlich für Musik gelaufen? Das ist nicht meine Playlist. Hi Paula, hi silly girl. Hi Nelly. Das ist nicht meine Playlist, was ist das? Moment, ich muss gleich mal... Ich muss gleich mal schauen, das ist definitiv nicht meine Playlist. Das mit dem... Das alles schwarz wird, das passiert bei mir auch ab und zu, ja. Da muss man einfach die Grafik hochstellen und dann wieder runterstellen oder andersrum. Je nachdem, wenn man natürlich auf Maximum ist beim Hochstellen, dann sollte man sie nicht hochstellen, weil es geht ja nicht. Was du bisher verpasst hast, viel Blödsinnstalk bisher. Aber also so Standard. Oh, Vicky, meine Zeit. Moment. Oh nein, ich bin mir festgegangen. Oh fuck. Tagesbester mit 1,34,35 bis hier. In meinem Pony fehlen jetzt noch 280 Erfahrungsbüfe. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Das ist nicht meine Playlist. Doch, ist meine Playlist. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, dieses Lied in die Playlist gepackt zu haben. Hm. Ja. Super komisch. Super, duper Rezepte. Nee, ich mache, ich habe vor, dass ich häufiger Kochstreams mache, aber ich komme nicht bis zur Küche. Also ich muss erst einen WLAN-Verstärker machen. Ähm, also ich komme, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, wie weit ich komme von allem. Luisa, du kannst auf jeden Fall fragen, immer. Hä, ist die Küche dann im anderen Teil? Ähm, die Küche ist in der anderen Wohnung, ja. Die ist auf der anderen Seite drüben. Das heißt, ich kann maximal das alles schnibbeln und muss dann halt braten auf der anderen Seite. Oder du machst kein Video. Dankeschön, Black Shadow. So ein Koch-Tutorials. Ja, das kann ich auch machen. Da muss ich, da seht ihr halt andauernd so wieder rüberflitzen, rüberflitzen immer hin und her. Ja, du machst nur ein bis drei an Zeugnisse. Das ist ziemlich geil. Ja, Jui, ich habe durch Jui heute erfahren, dass es Zeugnisse gab und sie hat sich auch in allem verbessert oder ist zumindest gleich geblieben. Voll cool. Wie viele Slarkons hast du? Natürlich, ich habe 4537. Warum mache ich eigentlich das? Moment, wir können auch das Pony-Rennen machen. Ich vergesse das immer, weil wir das... Wenn wir eh schon hier lang reiten, das vergesse ich immer, weil ich es jetzt normal so nie gemacht habe. Du hast es vergessen, oh nein. Ich hasse das immer, wenn ich Fragen vergesse, die ich gerade stellen will. Hi, Alizera. Das Pony-Rennen, warum gibt es eigentlich nur 100? Wann ziehst du morgen um 10? Morgen in der Früh. Und übrigens am 19. werde ich nach Hamburg fahren und... Moment, das darf ich auch noch gar nicht sagen. Und gehe dann dort irgendwo hin, was ich euch noch nicht sagen darf vorhin. Du besuchst Tobi. Ja, das auch. Also ich gehe dann mit Tobi. Wenn Tobi Zeit hat, gehe ich mit Tobi dorthin, was ich euch noch nicht sagen darf, wohin ich gehe. Und keine Angst, wir lassen die Hosen an. Ist besser so. Ist besser so. Ja, ja, ja. Ja. Ich gucke halt wirklich, dass ich dann irgendwie Grill- und Koch-Streams mache. Aber dafür muss ich gucken, dass ich... Vielleicht kann ich halt den einen Rechner in die andere Wohnung stellen und per WLAN verstärken. Oder ich muss einen Laptop mir kaufen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Wieso hast du überhaupt zwei Rechner? Ja, der eine ist der... Oh, der eine ist der alte. Achso. Hey. Ihr müsst nicht immer die Nachbarn anbellen, Wauzis. Das verwendet ihr voll vermissen in der anderen Wohnung, ne? Weil da habt ihr nämlich keine Nachbarn. Die ihr anbellen könnt. Oder zumindest nicht im Haus. Na, dann werden sie aber ruhiger. Das ist doch eigentlich. Ja. Dann müssen sie sich ans Fenster setzen und vorbeilaufende Senioren anbellen. Weil mehr treffen sie dann nicht. Die bleiben am Ende dann noch stehen und winken. Fabio und Tobi ohne Hose, ja. Schaut euch Wohnungen mit Freunden inklusive an. Ja, das werden wir tun. Und ohne Hose. Aber ich denke, dass ich heute über 15 werde. Ja, denke ich. Das heißt, du willst mit Tobi zusammenziehen inklusive Freundinnen? Ich glaube, das führen wir alles mal lieber nicht weiter. Sonst wird das super skurril. Ja, tatsächlich. Am 19. bin ich mit meiner Freundin einen Monat zusammen. Dann ist es ja noch völlig neu über die alle. Scheiß Autokorrektur. Autokorrektur ist super lustig. Oh Gott. Frag mich nicht zu Sims, Emily. Ich habe keine Ahnung zu Sims. Siehst du morgen aus? Ja. Ich habe richtig schöne große Hunde-Transportboxen geholt, damit sie auch ja super in Schu... Ja. Moment. Moment. Hier. Da gehen dann morgen... Natürlich nicht in beide. Ich habe zwei Boxen gekauft. Also, erst dann damit die Hundis auch sicher transportiert werden. Die sind super gepolstert und mit Überschlagbügeln und so. Damit da auch... Äh, nicht Überschlagbügeln. Aber damit die auch Janiks Überschlagbügeln. Ja, falls ich sterbe, die Hundis überleben. Autokorrektur ist super lustig. Was war das beim letzten Mal, was ich so geil fand? Ähm... Oh, was war denn das? Wurst. Wurst, genau. Wurst für Quests fand ich super. Hallo, Cookie. Ich finde, Wurst ist die beste Autokorrektur für Quest. Ja. Wie viele Wohnungen und Häuser hast du denn? Bitte zwei. Also, ich habe zwei Häuser, die jeweils 300 Quadratmeter ungefähr groß sind. Oder noch größer, glaube ich. Und ein Hof, der die verbindet mit so 200, 300 Quadratmetern. Und eine Scheune. Und eine Scheune, ja. Die musst du dann vermieten, hat Jana gesagt. Die Scheune muss ich vermieten? An was denn? Also, das ist ein sehr, sehr großes Grundstück. Aber sowas meinte sie doch mal. Also, es sind zwei große Häuser, die verbunden sind mit einem Hof. Und ich werde in dem einen Haus leben und in dem anderen arbeiten. Das ist so dumm. Weil die Küche und die Haupt-, die bessere Küche von beiden ist auf der einen Seite, aber das Internet ist auf der anderen Seite. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich versuche, dass ich einen Fritz-Repeater einbaue. Der Fritz-Repeater kann dann das Internet zur Küche hochlegen. Dann kann ich dann in der Küche Grill-Streams machen oder so. Ich muss das Rennen nochmal neu anfangen. Oh no. Ja, das ist halt, wisst ihr, das hört sich so an, als wäre das mega das geile Grundstück. Ja, aber es ist einfach nur groß. Es ist groß und alt. Ja, also es ist, es hört sich jetzt mega geil an. So geil ist das gar nicht. Das ist einfach nur, das ist halt im Familienbesitz seit, keine Ahnung was. Es ist halt einfach ein großes, altes Haus. Dann kannst du deine Verwandten besuchen gehen. Sie sind gerade voll traurig irgendwie. Ja. Vicky? Ja. Mein Pony ohne Speedboost 1,1,30. Also ich bin eine Sekunde langsamer. Boah. Geht der Kanalfan, wie der Kanalfan weiter meinst du? Der Kanal geht auf jeden Fall weiter. Auch weil ich das Fan nicht verstehe. Hey Isa. Machst du eine Rundentour? Ja klar, mache ich direkt am Anfang. Also wenn ich reinkomme, überlege ich halt, wenn ich Internet direkt... Ja, wobei, ich mache es als Video. Das macht keinen Sinn. Das ist zu viel Platz, dass ich das nicht als Video mache. Nee. Es macht ja keinen Sinn, dass ich mit Kaddi wegziehe. Ich ziehe ja von Kaddi weg. Das würde ja keinen Sinn machen. Der Kanal geht ganz normal weiter. Ich habe keine Ahnung, Emeline. 1,1,45. Was? 1,1,45. Ach so. Ja, dann bist du einen Ticken langsamer gewesen. Aber nicht viel. Ja, Level 15. Speed Boost. Das ist so, wenn ihr das Pferd von gelb auf grün levelt, dann ist das Pferd einen Ticken schneller an dem einen Tag. Und da ist meine Highscore entstanden. Also ihr könnt sagen, von meinen Highscores müsst ihr ungefähr eine Sekunde abziehen. Dann wäre das die realistische Highscore für den Tag. Das kann man aber nicht verhindern. Also da vergesse ich einfach mal an einem Stream oder wenn Kaddi an dem Tag streamt und ich habe es vergessen, mein Pferd zu verpflegen. Dann habe ich aus Versehen dann halt einen gelben Smiley. Und deswegen kann ich es nicht verhindern, dass mein Pferd einen Tag schneller ist. Das ist halt das Problem. Das ist ja kein Bug jetzt, den man aktiv nutzt, sondern das ist halt einfach ein Bug, der passiert. Also das wird übrigens auch echt einsam werden in dem Haus da, weil das ist einfach nur, das ist so viel Platz, dass ich halt viel zu viel Platz habe, um nicht einsam zu werden. Freundin inklusive, Fabi. Ja, Freundin inklusive, genau. Die ist dann irgendwo in der Scheune versteckt. Dann musst du sie im Heuhafen suchen. Oh mein Gott, ein VIP. Ich sehe es im Augenwinkel, aber ich kann nicht sehen, was... Ich gehe sofort auf einen. Miss Nina. Vielen lieben Dank. Sofort. Oh mein Gott, Vicky, das war voll die Mega-Highscore, Vicky. Vicky, das war die Mega-Highscore. Oh mein Gott, Vicky. Nein, ich bin da hängen geblieben. 1,9,16. Vielen lieben Dank, Miss Nina. Vielen lieben Dank für deine VIP-Subscription. Oh mein Gott, ich bin schon wieder hängen geblieben. Vielen lieben Dank. Du hast dicke Hühner. Das hört sich komisch an. Vielen lieben Dank. Hey Fabi, als mein Freund mich vor... ...einem Jahr von der Beziehung gefragt hat, habe ich den SS-O-Sum geschaut. Ah. Sieh, na, das ist voll süß. Ein bisschen komisch, aber auch süß. Oh mein Gott. Ich bin damit nicht Tagesbester mit meiner Höchstleistung. Wer ist denn hier Tagesbester? Die Petra mit... Oh, ungefähr ein Jahr. Moment. Ach nee, das ist Bester aller Zeiten. Heute. Ich bin mit 1,896. Wow. Krasse Scheiße. Hä, das machst du doch nicht mit deiner Freundin. Moment, was? In die Scheune sperren? Nee, die ist inklusive dort im Haus. Die wohnt dort in der Scheune. Ja, die ist versteckt. Die ist versteckt, damit sie keinen anderer findet, solange bis ich da bin. Das ist voll dämlich. Nicht mal der Techniker. Nein, also, bevor jetzt wieder irgendwelche Gerüchte kommen. Ich habe keine neue Freundin, die ist nicht in der Scheune versteckt. Nein. Ja, kann ja nicht, sind doch Freunde. Also, das sage ich lieber jetzt davor, weil teilweise komische Gerüchte bei mich im Umlauf sind. Deswegen, also, ich habe niemanden bei mir in der Scheune versteckt. Tatsächlich wäre das etwas komisch. Etwas, meinst du nur? Ja, nur etwas. Ach so. Solange es nur etwas komisch ist, kann ich es ja machen. Dann ist es in Ordnung. Ich meine, das mache ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein. Oh, ich hatte eben eine gute Zeit. Jetzt habe ich es versaut. Wenn du dann irgendwann eine Freundin hast, dann versteckst du die da bestimmt. Ja, dann mache ich einen Hide and Seek in der Scheune. Und dann futterst du sie dick. Damit sie niemand anders nimmt. Ich dachte erst, dass du sagst, dann futtere ich sie auf. Nein. Das wäre doch so. Das ist echt Fabi. Wieso willst du denn deine Freundin essen? Meine nicht existente Freundin. Moment, warum singt ja eigentlich gerade alle hier Nieder von Katja im Chat teilweise. Die werden alle getimeoutet, weil die böse Worte drin haben. Ich sehe immer nur, dicke Lippen-Timeout. Dann doggie auch weg. Oh, was hat Blackie denn da gesagt? Hi, me, I, Suga. Ja, siehst du, das meine ich ja. Oh mein Gott. Du hast gestern Geburtstag, dann alles Gute zu dir nachträglich. Deniz. Fabi, wo läufst du hin? Ähm, zu Marley. Ach so. Mach's gut, Donut. Ja, also die meisten Worte von dem Lied werden irgendwie mal als Beleidigung angesehen. Tatsächlich. Ja. Ne, also wenn alles funktioniert, bekommt ihr noch einen Spätabend-Stream. Am Morgenregentag. Was lustig ist, dann könnt Katja nicht simultan streamen. Dann habt ihr so, dann könnt ihr so links und rechts drücken auf dem Kanal, dann habt ihr jeweils den Fabi oder den Katja streamen. Das ist voll doof, aber es geht. Dann könntet ihr zusammen SSO streamen und da was beiden sichten. Theoretisch, ja. Aber wäre das nicht irgendwie ein bisschen creepy? Ja. Wir haben uns schon überlegt, ob wir vielleicht einmal Star Stable, die nächste Star Stable live streamen und ich fahre dann nach Schweden einfach mal und komm mal da hin. Hä, echt? Hm. Wenn ich ein Auto habe, kann ich ja easy peasy da hinfahren, soweit ist das nicht von Thüringen aus. Fabi, du weißt, dass Schweden hinter Dänemark ist, also nördlich von Dänemark. Ja, Gott, das bisschen die 10.000 Kilometer. Ah! Das ist doch voll viel. Mann, was ist denn da, was ist denn, dass du von... Wir haben uns getrennt einfach. Also wir leben ja zusammen, weil wir ein Paar waren. Und wir sind kein Paar. Wir waren Komfort, äh, Fortnite kommt eigentlich nicht mehr derzeit. Wir haben da andere Games, die wir gerade bevorzugen. Fortarbeitung, Glückwunschwoller Projekt. Also sobald dann die anderen Games kommen, wie Dämonical, wieder F13, sowas in der Art, dann werden die regelmäßig kommen. Star Wars 7 ist doch sogar heute, glaube ich, dran, oder? Ja. Ich glaube, Star Wars 7 ist sogar heute dran, ja. Warum ich wegziehe, machst du dann ein Lasagne Stream? Ja, Lasagne Stream mache ich auf jeden Fall. Ich muss halt nur gucken, dass ich alles vorbereite, weil wenn die Küche auf der anderen Seite ist, dann muss ich halt immer... Das wird dann immer... Da brauche ich auf jeden Fall jemanden von dir oder Janos als Hilfe dann, der dann den Chat dann immer beaufsichtigt, während ich in das andere Haus gehe, um alles in den Ofen zu packen oder so. Die neuen Story-Quests finde ich super. Ich mag das mit der Kuppel, finde ich geil. Von Hannover fährst du sieben Stunden und bist nach Schweden. Oder was meinst du genau, bis wohin? Sarah, schau jetzt, du bist jetzt ausgeblendet worden, wahrscheinlich wegen Doggy. Und ich weiß nicht, ob du wegen Geil ausgeblendet wurdest. Doch, ich glaube, wegen Geil auch. Echt? Ich glaube schon. Also man kann das anzeigen lassen, Sarah, das können wir gerne machen. Aber ich will dir nur Bescheid sagen, warum das... Ähm, Server sieben, ähm, wir machen erst mal das hier jetzt ein bisschen mit dem... Wir machen erst mal über fünfzehn. Früher wurde Araber auch immer rausgehauen. Alle haben geschrieben Araber oder Araber Pinjo. Und es wurde jedes Mal rausgeblendet. Müssen wir jetzt Api oder sowas abkürzen? Pentabian. Und Ara. Aras? Mhm. Wir hatten mal einen Araber im Stall, aber weil der einen arabischen Namen hat... Ich hab dicke Lusitanos. Hey, das geht sogar. Und dann... Ja, ich kenn dicke Lippen. Und dann hat mein Reitlehrer den einfach als Spitznamen Ara genannt, weil er halt ein Araber war. Wie seht ihr... Testet ihr jetzt gerade aus, was ihr alles mit dicke schreiben könnt? Ich... In der Chat, ey. Und ich würde als Pony empfehlen das Weiße. Ich finde den Apfelschimmel am schönsten. Noll. Ich bin hier... Hast du gerade gesehen? Vor dem Ziel war ich ewig nach oben katapultiert. Du auch? Ah, nee. Du bist gerade erst losgeritten. Ja, eigentlich bin ich gerade eben schon fast im Ziel gewesen, aber ich hab die Abkürzung wieder nicht geschafft. Lusitanos oder NSK? Lusitanos. Hi, Lisa. Ja, das war aber klar, Melissa, dass das nicht erlaubt ist. Melissa, das war ziemlich klar, oder? Na ja, eigentlich schon. Hey, Sarah. Das war ein Lisa-Satz. Papi. Wird man ausgeblendet, weil man ein Lead feiert? Nee. Aber wenn in dem Lead Worte drin sind, die der Nightbot als unangebracht sieht, dann kann man das nicht ändern. Das ist ja genauso, als wenn du sagen würdest, hey, ich mag das Lead, ich schieße alle Menschen tot. Mag ich total gerne. Dann ist es halt auch unangebracht, weil der Songtext nicht so geil ist. Ich hab ein dickes NSK, ja, das geht zum Beispiel. Ich hab dicke Backen, geht auch, sieht man gerade, okay. Oh nein. Oh nein, hab ich das nur gesagt? Das schreiben alle irgendwie. Ich hab dicke Kippen. Ich hab dicke Hunde. Oh nein, was macht ihr das? Hört auf damit. Weißt du, ob du auf dieses Thema gekommen? Ich weiß es nicht. Ich hab dicke Pony. Ich hab ein dickes Pony. Ja, wow. Ob ich mich von Kaddi getrennt habe. Es hat aber nicht mehr gepasst. Also es gibt da jetzt keinen so den einen Übergrund, sowas wie, weil Kaddi gerne Babys im Mysti ist. Nein, es gibt nicht so den einen Grund. Es ist einfach, es passt nicht mehr. Kaddi isst also Babys, interessant. Kaddi isst keine Babys. Das war nur ein Beispiel, dass das natürlich ein Grund wäre, sich von ihr zu trennen, aber so einen Grund gibt es nicht. Ja. Gracie schreibt mit provokanten Dreiecken. Was ihr einmal einfällt. Übrigens werde ich ab morgen dann wieder, an den morgen nicht, ab übermorgen, also weil der Umzug alles geklappt hat und das Netz dann alles wieder steht, werde ich dann auch frühmorgens Streams mehr machen dann. Was wie Frühstücks-Streams oder so. Yay. Aber ich muss halt erstmal alles einrichten. Araber oder Lippi? Äh, naja, es ist eine schwierige Alternative. Ich mag den Araber Pinto halt sehr geil. Den ursprünglichen Araber mag ich schon auch, aber der Lippi ist halt schon sehr edel. Aber er ist halt nicht so schnell. Also der Lippi ist vom Speed her schon irgendwie unterirdisch. Ich mag die Animationen von Lippi nicht so gern. Ich weiß aber auch gar nicht. Der hüpft so ein bisschen. Der hat die gleichen Animationen, wie der Startpferd. Ich weiß aber übrigens gar nicht, warum der Lippi so lahm ist. Aber wir haben es halt gemerkt, er ist halt, wenn er gegen den Pinto oder sowas reitet, ist er halt deutlich langsamer. Deine Luts kommen nicht. Moment, ich gucke gleich mal nach. Tagesbester, deine Höchstleistung. Ich sehe tatsächlich keine, Luisa. Echt, hast du? Mhm. Beim ersten Rennen. Was hast du da? Moment, ich gucke mal nach. Moment. 1,25 oder so. Ja, 1,25, 93. Aber ich habe genau, ich bin genau eine halbe Sekunde langsamer. Ja, aber ich habe auch einen Speed weniger als du. Ich bin ja noch 14. Warte, Marina, ich liese es gleich. Conny oder Lucy? Ich finde Conny besser. Was liest du gleich? Marinas Nachricht. Ich sehe nur, dass sie mich getaggt hat. Unicorn Lucky. Achso, ich glaube auch gleich. Ach, ich dachte ja, wir haben uns beide getaggt. Das sehe ich gerade. Ich habe dicke Rippen. Oh Gott. Das erinnert mich ganz stark viel. Das ist die Halloween-Version davon. Deswegen dann immer die Skelette. Nein, du hast keine dicken Fabis. Hallo, ich habe abgenommen. Fabi ist voll dünn. Ihr müsst euch mal seinen Arm angucken. Guckt euch meinen Arm an. Nein. Wieso bringt Fabi den Chat immer so? Ich weiß es nicht. Ich bereue es jedes Mal aufs neue Chris. Es ist immer so, ich sage irgendwas. Und der Chat nimmt es wörtlich. Und ich bereue es instant. Das ist immer Fabis Stream-Erfahrung geht so. Fabi denkt sich, das wäre jetzt voll dämlich. Und dann, oh shit. Und dann bereue ich es. Das ist immer mein Dilemma. Meine Lieblingspizza. Schafskäse, Paprika, Jalapenos oder so. Boah, das ist voll geil. Schafskäse, Paprika, deine Höchstleistung. Ja, meine wird es jetzt nicht, weil ich eben hängen geblieben bin. 1, 2, 1, 20, 20. Ich bin in die Wand geritten. Fabi magst du mal so einen Witz erzählen? Was für einen Witz? Generell irgendeinen Witz? Oder was meinst du mit so einen? Fabi zeigt deinen Arm. Moment. Lass mich erst mal reiten. Hier. Ich bin der W13, aber ich will halt den FSP mit den weißen Fesseln und einen Pony. Soll ich mir nächste Woche einen Pony holen oder noch auf das FSP warten? FSP ist doch erst in Epona. Die neuen. Dann würde ich mir das Pony kaufen. Ja. Also du machst bei dem Pony nie was falsch. Das Pony ist einfach sportbillig. Das wirst du niemals bereuen. Nein, nicht dicke Farbe. Ist Vicky dabei? Ja, es ist Vicky. Hallo, Elena. Ich bin ein Hund. Das ist mein Lifestyle. Moment, was ist das? Ich bin ein Hund. Ist mein Lifestyle gesund? Ähm, okay. Einfach generell irgendeinen Witz. Okay, wir machen jetzt einfach sowas wie, ähm, was ist rot und sitzt auf der Toilette? Eine Klomate. Mein T-Shirt. Hä? Warum sitzt es auf der Toilette? Ich weiß es nicht, aber es ist rot. Ähm, okay. Was ist Orangen steckt in der Wand, Vicky? Eine Bohr orange. Ach so. Was ist schwarz-weiß und kommt nicht vom Fleck? Ein Klebra. Ah, ein Zebra. Nein, ein Klebra. Nein, ein Zebra. Aber Zebras würden vom Fleck kommen, Klebras nicht, weil die kleben ja. Ach so. Das sind übrigens sehr unpraktische Pferde, ne? Weil die kann sich ja nicht bewegen. Hm. Die können nur alles das essen, was um sie rum wächst. Und wenn es dann weg ist, dann sterben die. Voll traurig. Hm. Die andere Marina sagt, du bist ein Lauch. Ja, das ist richtig. Und was ist Tobi dann? Ein Strick. Ach so. Und was ist Jana dann? Ein Bindfaden. Aber du bist... Was ist ich dann? Ähm, Sandkörner. Ach so. Aber Sandkörner sind rund. Er hat mich jetzt dick verleidigt. Ich hab dicke Pickel. Nein, jetzt hör mal wieder die dicken Sachen auf hier. Ein Klebra. Treffen sich zwei Fische im Meer, sagt die eine Hai. Die andere wo? Stimmt, der ist gut, ja. Was ist krumm und gelb und schwimmt im Wasser? Ein Bagger, der gebogen wurde. War bei dir gerade irgendwas? Ich hab hier einen Vicky verlor dann irgendwen. Ich hab Vicky wurde gerade entführt. Wir müssen den Mordfall Vicky aufklären. Hat irgendwer was gehört im Hintergrund? Wer hat Vicky gerade umgebracht? Ja, Sacher, du hast gerade den Mord von Vicky verpasst. Wir versuchen gerade rauszufinden, wer Vicky umgebracht hat. Ein Flabberwurm, oh mein Gott. Wir müssen den Mordfall Vicky analysieren. Bäh, ich lebe. Bäh, was ist passiert, Vicky? Meine Mama hat gesagt, die soll kurz mit dem Hund hingeharten gehen gleich. Okay. Sag doch, der Hund kann doch auch alleine gehen. Nee, dann rennt sie ja weg. Deine Mama rennt dann weg? Nein, der Hund. Warum rennt denn der Hund weg? Mag der dich nicht? Nein, nein, die läuft dann weg, weil sie irgendwas riecht oder so. Und dann läuft sie halt und bellt fremde Menschen an. Wie eine Nase. Was? Nasenlaufen auch. Ach so. Ja. Das ist voll gruselig. Was ist weiß und fliegt? Eine Taube. Oder ein Taschentuch. Ein Vanille-Eiskugel-Dings da. Ja, das sollte normalerweise gelb sein. Egal. Dann halt Joghurt-Eis. Was ist ein Keks in einem Baum? Ein schattiges Plätzchen, das kenne ich. So, bei sieben kommen wir nachher. In der zweiten Hälfte des Films sind wir auf Server 7. Ach, Pferd. Wieso rennst du immer überall dagegen? Erstmal, da wären wir auf 15 und dann gehen wir auf Server 7. Ich war sogar in einem Escape Room. Ich war in einem Escape Room, da waren wir voll schlecht drin. Wir waren in dem, wir waren in dem, waren wir in dem Saw Escape Room in Hamburg. Da waren wir da. Da habe ich sogar mal ein paar Bilder von gemacht. Das sind auf meinem Facebook, glaube ich, sind die sogar noch. Da waren wir in einem Escape Room. Das war gar nicht mal so geil, aber es war ganz lustig. Was hat ein Bein und läuft? Ein Pirat. Was ist bunt und rennt über den Tisch? Marzipan. Was ist süß und schwingt durch den Urwald? Tarzipan. Genau, das war es. Deine Nase läuft auch weg. Was zuckt und liegt auf dem Meeresgrund? Ein Zitteraal. Oder ein Taucher, der ein Kabel repariert hat. Aber wenn du pennst, dann läuft deine Nase. Was? Das ist voll gemein. Was ist grün und hinter Gittern? Ein Essig-Schürklein. Oh mein Gott, ist der schlecht. Den kannte ich aber noch gar nicht. Was ist schnell? Weiß läuft den Berg hinauf. Eine Lawine mit Heimweh. Das wäre voll gefährlich. Stellt mal vor, ihr wollt den Berg runterfahren und da kommt eine Lawine von vorne auf euch zu. Das wäre unerwartet. Ich komme so in den Stream und das Erste, was ich höre, ist Nasenlaufen auch. Ja, Sugar Cookie. Was ist braun und wächst unter der Erde? Stinkt ein Furzel. Oh mein Gott. Eine Furzel. Echt jetzt? Ein nervöses Wrack. Oh mein Gott. Ich finde einen Taucher, der eine Leitung repariert hat, auch gut. Ich freue mich total. Ich esse diese Pizza super gerne mit, also mit generell Schafskäse, Zwiebeln vielleicht noch. Schafskäse, Zwiebeln und Paprika. Super geil. Kann ich nur empfehlen. Ist echt lecker. Oder mit Pesto und Sauerrahm. Ist auch geil. Machst du ein bisschen grünes Pesto drauf und ein bisschen saure Sahne oder so. Das ist auch geil. Was ist weiß, schwarz und rot? Irgendeine Flagge? Lohnt es sich? Lifetime? Ja klar. Aber Lifetime sollte man immer dann holen, wenn es entweder billiger ist oder das Special-Angebot ist wie heute momentan. Ein Fluchtsalat. Oh mein Gott. Wo habt ihr die nur alle her? Diese Schafskäse ist super geil. Was ist grün und liegt im Sarg? Eine Sterbse. Oh mein Gott. Trocken, ich weiß. Die ist so trocken, weil die schon so lange im Sarg ist. Du gehst jetzt einkaufen. Okay, Deborah. Fabian kann man nicht treffen in Hamburg bis... Nee, weil ich nur saukurz da bin. Ich fahre um 8 Uhr hin, bin um 12 Uhr dort, gehe zum Event und fahre direkt wieder zurück. Also, ich bin halt wirklich kurz nur da. Also, ich laufe quasi nur vom Hamburg-Dammtor, laufe ich nur ziemlich schnell zum Event. Was wir vielleicht machen können... Moment, was? Ach so. Oh, jetzt echt. Jetzt müssen wir... Oh nein. Dann halt Moorland. Wir werden das so machen. Ich kann vielleicht euch sagen, wann ich grob am Dammtor bin. Wenn ihr mich dann seht, dann könnt ihr gerne noch ein paar Schritte mitlaufen, wenn ihr wollt. Ich muss aber mal gucken, wie schnell ich da sein muss. Was ist rot und fliegt durch die Wand? Ein Tor ist rot. Was ist orange und guckt das Schlüsselloch? War das keine Bohr-Orange? Was ist schwarz und rot? Ein Pinguin mit Sonnenbrand. Hm, das ist richtig. Was ist gelb und krabbelt durch die Wüste? Ein Chineser, der eine Mine sucht. Und was ist rot und fliegt durch die Wüste? Ein Chineser, der eine Mine gefunden hat. Ne, schwarz und fliegt durch die Wüste. Schöne, so. Aber der Arme. Das ist weiß und fliegt, die Biene Mario. Mein Gott, die Witze wäre voll schlecht. Und ihr sagt immer, meine Witze sind schlecht. Passt euch mal an eure eigene laufende Nase. Das Blaue wird immer kleiner. Den finde ich super. Ein Schrumpf. Ach, ein Schlumpfi. Ein Schrumpf. Finde ich super. Papi, wo bist du? Ey, ich reite zum Nimmersbuchlein. Also, ich bin da gerade von Mordern aus hingeritten. Weil man kann sich ja nicht mehr porten. Hä, doch, da kann man sich hin porten. Ich bin einfach an der Ort und Stelle geblieben. Ich habe mich geportet und war im selben Transporter wieder. Ach so, ich nicht. Oh mein Gott, wie heißt ein Ritter ohne Helm? Wilhelm. Oh Gott. Wilhelm. Eine Spannan hier. Oh mein Gott. Ein Spannbett lang. Alter, wo habt ihr den ganzen Scheiß her? Ich komme überhaupt nicht mehr zu eigenen Witzen. Ihr schiebt da hier einen nach dem anderen nach. Hast du den Unterschied zwischen einem Fußgänger und einem Fußballer? Der Fußgänger geht bei grün, der Fußballer geht bei rot. Ahaha, oh Gottes Willen. Da kommt schon der Notfallkrankenwagen, weil die Witze so scheiße sind. Er holt mich ab und bringt mich in die Witze-Klinik. Busimulator kommt in ungefähr einer Woche wieder. Dann hat die anderen den neuen Rechner. Aber vielleicht mache ich davor auch nochmal ein, zwei Streams. Der Helmut-Witz, ja, den kenne ich noch. Da habe ich damals gelacht, als Kali den erzählt hat. Und deswegen habe ich verloren bei unserer Witze-Challenge. Was gibt es auf dem Plutonium? Ja, den Spionat hatten wir schon. Aber wie weißt du noch, weil was du verloren hast? Ja, weil das ist das einzige, warum ich so dämlich lachen musste. Achso. Ja, ja, wegen der Kessler-Zug ist kann man da nicht mehr hin. Ich weiß, das habe ich auch schon gemerkt. Jetzt. Was kommt denn noch alles? Heute kommt sehr wahrscheinlich nach diesem Stream hier nichts mehr. Weil ich muss noch packen. Ich muss noch mein ganzes Zeug einpacken. Und das ist noch einiges. Wo schläft ein Wal im Wasserbett? Das ist nicht richtig. Schlafen die überhaupt? Weiß ich gar nicht. Die treiben dann wahrscheinlich einfach so, oder? Aber dann verlieren sie ja alles. Oh, für Groove-Champie wäre jetzt auch noch. Ja. Aber ich will erst 15 machen. Ist danach noch ein Jumpie? Oh Mann. Ich bin so knapp vor 15. Wenn du zähl drückst, wie viele XP hast du da? Für dein Pferd? 32.315. Sind noch 8. Ne, warte. 315 hast du gesagt. 16. Ich verschnitte gerade aus, wie viele XP hast du da? Packen, weil ich morgen auszählen. 685, so rum. Braust du noch. Oh je. 685 hast du gesagt. Ja. Dann sind jetzt noch 585. Na, wird wahrscheinlich nichts mehr. Mit dem New Hillcrest Rennen. So. Na ja, ich hoffe, es wird nichts mehr. Aber das ist doch nicht so wichtig, weil ich will erst bis 15 warten. Dann gehen wir dann einfach auf den Twink ohne... Und wieder, da wird es Polizei. Das ist gelb oder hellbogen kann in die Kamera. Hab ich's Kappe? Was? Meine Kamera ist... Ja. Mann, nur. Stacheldraht. Ach so, ein Teufel. Was habt ihr für komische Witze? Denkt ihr euch die selber aus? Bestimmt. Was ist klebrig? Ich hab mir ein Karameel. Oh mein Gott. Mal essen. Ähm, ich geh nach Thüringen. Mühlhausen. Im Endeffekt. Wenn ich jetzt was sag. Jetzt werden eure Witze aber ganz schön versaut hier. Den Sattel hab ich aus, ähm, Governors Fall. Das ganze Set ist aus Governors Fall, das neueste. Oh mein Gott. Das nächste Champion wäre 17 Uhr. Mäh. Ich hab zuerst Trense gelesen. Ja, morgen machen wir dann auf jeden Fall, wenn ich am Abend noch einen Stream mache, machen wir morgen, ähm, die Pony Speed Challenge dann. Also, raise it like you can. Die neue Quest find ich super. Warum ziehst du um? Ein Weiche und keiner, der uns getrennt hat. Das ist grün und klopft an die Tür. Ein Klopfsalat. Oh Gott. Ah, der klopft doch gar nicht. Der kommt einfach rein. Ich wollte kegeln, aber Dieter wollte bohlen. Oh mein Gott. Nee, nee, Chris, ab 22 Uhr war das. Was denn, was denn? Versaute Witze. Ach so. Ja, versaute Witze erst ab 22 Uhr, bitte. Sollen wir die euch im Keller pennen? Das hört sich aber an, als würdet ihr mich entführen. Ja. Ja. Würdest du bei Tobi im Keller schlafen können, bestimmt. Nein, der Papa sagt, er kennt mich nicht. Deswegen darf ich bei Tobi nicht schlafen. Ich weiß. Auch nicht im Keller. Da, doch, da. Oh. Oh. Oh, bisher komme ich gerade richtig gut durch das Rennen hier. Mal schauen. Oh, Vicky, ich bin richtig gut durchgekommen bisher. Ach, du bist schon bei der Yalasan Farm. Ich stehe immer noch am Yorvik-Stein. Oh, Vicky, es ist meine beste Zeit. Ja. Tagesbester, Vicky. Eine Minute genau. Okay. Danke, Onkel Bob. Und ich bin damit. Oh, ich bin zwei Sekunden vor dem zweiten. Wow. Danke, Onkel Bob. Welches Rennen finde ich so am besten? Ich mag das vor Pinter Rennen sehr, sehr gerne. So wie viele XP sind es jetzt noch? Was haben wir eine Ehefrau? Ich bin jetzt bei 640 hinten. Was haben wir eine Ehefrau und ein Handy, eine Handgranate gemeinsam, wenn du den Ring abziehst? Ja, ist das Haus weg. Oh Gott. Das ist 33.000 maximum, Micky. Ja. Ja, dann sind es noch genau 360 EP. Okay, also zwei Rennen und zehn Erfahrungen, wenn ich ein langes habe. Und was ist das hier? Was ist rot und fies? Ein Raffischen. Oh mein Gott. Da muss ich zweimal lesen, um das Wort zu verstehen. Lisa, wenn du... Moment. Immer wenn ich einen Flixbus auf der Autobahn sehe, muss ich auch nicht denken. Dankeschön, Lisa. Wünsche ich dir auch. Und übrigens, es geht mir ganz genauso. Jedes Mal, wenn wir einen Flixbus sehen, schreit mein Bruder Fabi. Ein schlechter Elektriker. Oh mein Gott, so lieb. Oh Mann. Ist immer voll lustig. Ich höre immer so Musik und auf einmal schreit mein Bruder, Vicky, da ist Fabi. Ja, ich werde morgen vielleicht abends noch streamen dann. Ich werde mit Juju auf jeden Fall wieder Husky Daddy spielen, wenn sie mal wieder Zeit hat. Sie hat da jetzt erst alle Prüfungen durch und sobald sie sich wieder normal eingelebt hat und alles, habe ich vor, wieder deutlich mehr mit ihr zu machen. Team Fajo und so. Oh, hast du gerade geplant. Ja, mit dem Mund aber nur. Ach so. Da heißt das andere nicht auch mit dem Mund. Ne, ja, das andere ist aber zusätzlich mit dem Finger. Mit dem Finger ploppe ich besser. Hm. Achtung. Das ist ohne Finger. Moment, das war jetzt aber nicht ganz gut. Ich habe gerade, ich hatte nur ganz kurz den Finger im Mund. Deswegen, ich muss gleich nochmal richtig ploppen. Verdammt. Ich muss mal wieder Challenge-Schritte machen, dass ich dann irgendwie während des Rennens, oder du musst mir eine Challenge geben. Du musst das ganze Rennen lang ploppen. Wie das ganze Rennen lang ploppen? Ja. Boah. Aber ich habe, welches Rennen ist denn das Nächste, was ich machen soll hier? Du musst mir dann halt ein Rennen sagen. Geh mal. Moment. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben ja noch vier Minuten. Verdammt. Ja, dann gehen wir halt nach Völkopf mit Level 14. Ach, verdammt. Es wird halt ein Rennen oder so. Ja. Na ja, ein Speed weniger ist jetzt egal. Was ist komisch? Streikt eine Kappe und rein sich auf Kohlrabi. Fabi? Ich habe noch nicht ein Brötchen angerufen, aber das war belegt. Oh Gott. Oh, ha, ha, ha. Ich finde ihn aber übrigens nicht so gut. Kennt ihr das? Alles dämlich. Die Polizei hat vor kurzem einen Safe gefunden in Hamburg. Haben es aber nicht aufgekriegt, war ein Zuhälter drin. Verstehst du, Vicky? Ein Zuhälter, weil er hat es zugehalten. Vicky? Ja? Du musst lachen. Wie ploppt man? Finger in die Lippe und rausziehen. Das Lied heißt, es ist eins meiner favorite Songs. I met you in the summer. Oh, das ist so schön. Moment, ich bin sofort wieder da. So, dann bin ich wieder. Baby. so das war die welt des anrufen keiner hat abgenommen diese witze es hört nicht auf habe wirklich böse was sie einmal in den chat geschrieben ach so seit wann bin ich denn böse oh gott mein handy lena das war weil ich ein net sie hatte eine schöne grüße an euch von von julius ist hat am telefon und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind aufgestockt. Viel Erfolg, Raby. Elina, ich habe einen zweiten Account und der ist auf Server 5. Und Juju ist eine gute Freundin von Fabi. Okay. Der Account heißt Victoria Woodberg. Yay, Zweiter! Fabi ist gleich wieder da, sagt er gerade. Das war die schönsten Wörter, sagt er, sagt er, sagt er, sagt er. Ja, ich soll euch von Juju ganz lieb grüßen, Juju ist bald wieder in The Hood, bei Minute 51 ungefähr hab ich das gesagt, ich bin auch sofort wieder da, gleich geht's weiter mit dem Stream. Fabi kommt gleich wieder. Und ja, Alice. Ja, Paula. Die Cam ist gerade weg, weil Fabi nicht da ist und er macht sie dann aber gleich wieder an, wenn er zurück läuft. Ja, Marina, ich glaub, er kommt gleich wieder. So, okay, da bin ich wieder. Entschuldigung. Warum bin ich doch in der Champion-Gruppe drin? Ich wurde Zweiter. Ja, ich hab's gesehen, aber ich bin auch gut gewesen, oder? Oh ja. Warum sind wir noch in der Champion-Gruppe? Bist du auch noch in der Champion-Gruppe? Nö. Okay, egal. Ah, jetzt ist es zu Ende. Oh wow. Entschuldigung, ähm, ihr seid, ihr wart jetzt gerade live dabei. Ähm, dass Juju euch alle vermisst. Was, was ist im Chat gerade, was ist da los? Also, nicht so wirklich, irgendwie. Sie haben sich alle gewundert, wo du hin bist. Achso. Ich hab jetzt, ich hab hier voll die Challenge gemacht für euch, ja. Ich bin mit einer Hand das Jumpy gerissen. So sicher, dass du nicht dein Handy unter, äh, zwischen Schulter und Kopf geklemmt hast. Pssst. Hi, Jani. Jani. Wir sind auf Winterstar. Ja, wir sind auf Winterstar. Und Vicky hat ja beschissen, weil Vicky hat einen Speed mehr als ich. Das war... Übrigens auch... Aber das war ja nicht beschissen. Laut mir war Platz... Ich hab nur dich vor mir gesehen, ne? Alle anderen waren ausgeblendet. Wie kann man das spielen? Star Sable, äh, mit der Tastatur. Ah, ich weiß, dass du das nicht meintest, aber trotzdem. Man muss mindestens Pferde so doll... Ja, sie vermisst Juju auch. Ah. Ne, sie hat angerufen, weil sie euch ganz doll vermisst. Sie will das im Stream nachgucken, hat sie gesagt. Aber hab ich verstehe, dass man vermisst Juju? Moment. Ja, Juju heißt auch Jasmin. Ja. Das meinte. Sie ist jetzt mit allem durch und freut sich wieder... ...in der Zeit zu haben, auch aktiver zu sein. Tagesbeste. Wie viel? Hab ich nicht gesehen. 37,2. Wow. Das Rennen kann ich echt gut. Also entweder... Oft kann ich's und dann gibt's so Tage, an denen ich's gar nicht kann, so. Aber... Ah, 38,2. Das war meine höchste Leistung, lol. Ne, also ich bin... Die eine Kurve hab ich schlecht geschafft, muss ich sagen. Aber ja, ich bin jetzt auch gleich Level Up. Juju ist meine beste Freundin. Anja. Juju ist der bessere Teil von Team Faiju. Wie's mir geht? Mir geht's sehr gut. Ich bin gut drauf. Ich bin zwar noch auf dem Online-Account. Ja. Da ich heute nur diesen einen Stream mache, weil ich danach einpacke mehr, mache ich diesen Stream doppelt so lange. Heute kommt's so, wie's aussieht, kein Abo. Müssen wir mal gucken. Ja, Cardi hatte das in die... Ach so. In den Community-Tabdings da geschrieben. Ach so. Also es geht definitiv ab übermorgen nochmal. Weiter morgen bin ich ja am Umzug drin. Mit dem Pony hab ich noch nicht einmal diesen Abkürzungssprung geschafft übrigens, ne? Hast du den schon mal geschafft? Ja. Ich hab, ich bin ultra zusammengezuckt, weil ich hab das... Ich hatte heute morgen, weil ich den Anruf von dem Techniker wie im Internet erwartet habe, hab ich mein Handy auf laut gehabt. Normalerweise hab ich das immer auf laut los, weil ich in letzter Zeit hab ich es einfach immer wieder auf laut, weil ich immer wieder einen Anruf erwartet habe oder so. Und... Oh lol. Und... Deswegen hab ich jetzt das Handy... Ich hab damit... Ich krieg einfach immer einen Schock, wenn mein Handy klingelt, weil ich damit null rechne. Ich hab mich auch so ein bisschen erschreckt, aber es ging... Ich hab mich mega erschrocken. Ja, für dich ist ja nochmal ein anderes Geräusch sozusagen. Ja, weil ich einfach davor so... Ja. Treben. Komm, morgen ein Zimmer, weil ich... Also ich versuche zu streamen. In mein Internet alles... Also laut dem Techniker soll alles funktionieren. Ich hab dem 100 Euro gegeben, dass er einfach nur das Modem ansteckt, damit ich morgen anfangen kann. Ja. Voll. Das war viel zu viel Geld, weiß ich jetzt auch, ja? Ich hab ihn... Der hat mich angerufen. Wieso hast du das getan? Ja, weil die... Das kostet einfach so viel. Aber der ruft so an. So, mhm, 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 mhm. So, fertig. Hier ist ihr Passwort. Und ich so, was? Das war alles? Scheiße, warum hab ich ihm so viel... Und ich dachte, ich hab ihm nur noch so... Fuck, warum hab ich einen Techniker beauftragt? Ja, aber ich wollte halt sicher gehen, dass ich streamen kann für euch. Und deswegen hab ich gedacht, okay, ich beauftragte einen Techniker, der für mich alles einrichtet und... Der erste Trick... Ich hab heute einen Twix gegessen, Ronja. Sorry, dass ich eben telefoniert habe, aber das war gerade... Es war ganz gut. Ich hab nur ein halbes Twix gegessen. Also nur so... Ach, Fabi. Ja, ich kann nicht... Ich kann nicht die... Beide... Du kannst wohl zwei essen. Nein, ich hebe mir das lieber für später auf. Aber dann musstest du heute noch essen. Also... Ja, am Umzugstag werde ich am Abend wahrscheinlich zumindest so einen entspannten Willkommen bei Fabi-Stream machen. Ähm, wenn alles funktioniert. Also der Plan ist gegeben, dann mach ich dann immer nochmal einen abendlichen SSO-Stream. Ich werde gleich noch meinen zweiten Account wechseln. Der Plan ist nur erstmal bis Level 15. Die Katze möchte auch alle sagen, sie sitzen und... Ah, das ist voll süß. Auch wenn ich nicht der Katzenmensch bin, aber das ist trotzdem süß. Ich mach mal wieder ein neues Outfit. Ich will irgendwie ein neues Outfit haben, aber ich mag die Stile von den alten Sachen nicht, so deswegen warte ich halt auf irgendwas Neues. Höchstleistung als 43, okay. Hä? Ich fahr doch schon schneller hier. Level 15. Finally. Yay, gezählt. Fabi, ich bin jetzt Level 20 und wir haben... Danke für deine Nutzen, Anja. Das ist von Anja, oder? Ja, das war von Anja. Ich hatte nämlich schon in ihrer Story gesehen, dass sie Level 20 wurde. Also, hm, Ferien könnte mit Österreich auch passen. So, wir gehen jetzt auf den Secondary Account. So. Aber ich glaub, du musst kurz warten mit dem wechseln, weil du sonst noch auf Server 6 landest. Ja, ja, ich muss jetzt hier Server 7 Blackberry Galaxy wechseln erstmal. Hm, da musst du noch kurz warten. Deswegen steh ich jetzt auch noch drin. Okay, okay. Mach ich. Hi, Nora. Kommt eine Roomtour. Auf jeden Fall. Direkt, ähm, 1-2 Tage danach. Lunter bekommt er auf jeden Fall. Ach, Anja. Was denn? Ich hab geschrieben, Stalkerin, du. Ja, wirklich ist meine, jetzt sind meine Augen und Ohren hier. Echt? Nee. Aber wär ich deine Ohren, dann hätte ich doch wie du auch gehört. Oh, Mann. Ich glaub, ich nehme oft Sachen zu wörtlich. Den weißen Nebelfuchs, ja. Den weißen Nebelfuchs hab ich aus der Fuchsaufzuchtstation. Hey, Clara. Hey, Lea. Aber ich mag das. Ich bin jetzt so gehypt, dass ich Level 11 bald bin. Muss ich sagen. Mhm. Weil ich hab voll Bock auf die, den Rest von dem Set einfach. Ja, ich weiß, dass bei deinem Namen nach dem Ja ein Unterstrich kam. Bekommst du ein Haus oder eine Doppelhaushälfte oder eine Wohnung? Ich bekomm zwei Doppelhaushälften. Also, zwei Häuser, besser gesagt. Also, wir haben halt einen großen Hof. Der besteht aus zwei Häusern und einem Hof. Und da wohnt keiner außer mir. F13 wird auch bald wiederkommen, Stella. Kann ich dir sicher sagen. Ich schau die aber auch voll oft an. Ich mag die selber gerne. Ähm, Mandy macht selber einfach keine Videos mehr. Also, das liegt nicht daran, wir machen keine Videos mit Mandy mehr, sondern Mandy möchte einfach derzeit nicht. Also, wir möchten auch niemanden dazu zwingen. Mandy möchte das einfach nicht. Ich brauche halt auf jeden Fall Level 11. Was ist so passiert in den letzten Monaten? Wie, in den letzten Monaten? Hä, warst du nicht mal da, Anja? Doch, eigentlich schon, glaube ich. Also, die Wohnung ist nicht die neueste. Sie ist sogar ziemlich alt, das Haus. Aber es ist riesig groß. Es ist riesig. Meine Mutter war... Also, ich glaube, das habe ich aber schon mal erzählt, dass sie so... Oh mein Gott, er hat einen Hof und eine Scheune. Ja, sie... Ihr kriegt auf jeden Fall... Die Roomtour wird ziemlich lang werden, weil es ist halt einfach verdammt groß. Und ich muss mal gucken. Wahrscheinlich filme ich das immer mit dem Handy. Und gucke dann, dass ich das irgendwie für euch dann aufnehme. Ja, ich mache auf jeden Fall eine Roomtour machen, ja. Ich nehme die innerhalb der ersten Tage auf einfach, dass sie noch so... So alles erlebt einfach. Erwartet nichts Spektakuläres. Also, das ist jetzt wirklich nicht so der Mega-Hof in der Art. Er ist schon geil, finde ich. Dafür, dass... Und vor allem, er kostet halt nix, ne? Also, ich kann da völlig umsonst wohnen. Das ist schon super cool. Mhm. Das sagt man halt auch nicht vergessen. Das stimmt. Ja, aber du warst ab und zu da, Anja. Das habe ich doch gemerkt. Ich habe es doch gerochen, wenn du da warst. Mhm. Heißt das, Anja stinkt? Oder riecht sie nur nach Pferd? Nach Wurst. Nach Quest. Nach Quest? Anja riecht nach Wurst und Quest. Das ist nur noch das Beste. Beste Autokorrektur. Aber Rest in Pizza fand ich auch gut. Ja. Aber das ist ja fast schon standardmäßig, macht man ja das teilweise. Schaust du WM? Ja. Klar. Zwar nicht mehr so aktiv, weil die dieses Jahr irgendwie nicht so geil spektakulär ist, aber ja. Ihr könnt natürlich mitreiten. Übrigens, ich kann gerade nur nicht schreiben, weil ich hier in diesem komischen Fernglas-Modus bin. Jeder kann gerne mitreiten. Ich würde euch das auch gerne sagen, aber das Fernglas lässt mich nicht. Also, wundert euch nicht, dass ich ab und zu nicht schreibe, da bin ich immer in irgendwelchen Questtexten drin. Ich bin Server 7. Sieben. Sieben. Ähm. Rei ichi ni san chi go rok. Äh, rok. Hast du gerade auf Japanisch gezählt? Ja. Ichi ni san chi go rok. Has nan ju ju ich ju. Ähm. Moment. Und so weiter, ja. Danke für das Kompliment. Sehr gerne Anja. Heute spielt Belgien, oder? Ja, weißt du das nicht, Jana? Hm? Wenn du es nicht weißt, verlieren sie. Nein, die Mama darfst du nicht schauen, dann ist alles gut. Ja, Jana schreibt ihre Mutter immer an, wenn sie Fußball schaut, dass sie ja nicht zuguckt, weil ihre Mutter bringt nämlich Belgien Pech. Also, wenn ihr wollt, dass Belgien verliert, sagt Janas Mutter, dass sie Belgien anschauen soll. Hm. Das ist aber Achtung beim nächsten Mal. Wer soll deiner Meinung nach Weltmeister werden? Also, ich denke, bis ich gesehen habe, wie schlecht Belgien gespielt hat. Beim letzten Mal dachte ich, dass es Belgien wird. Meine Klasse ist für Kroatien. Echt? Warum? Ja. Ich weiß nicht. Die sind alle für Kroatien. Warum? Gerade Kroatien, Kroatien. Also, ich denke, ich würde das Belgien, glaube ich, am meisten derzeit noch gönnen. Irgendwie finde ich den Pentabian viel unwendiger wie das Pony. Das ist voll schlimm. Unwendiger? Unwendiger gibt's gar nicht. Egal. Das Lied eben hieß... Blanket. Und das heißt jetzt What I See. Das hat er träumt. Nein. Nein. Ich hör's ja. Hallo. Die träumt. Das ist wie... Vor allem eigentlich liegt sie gar nicht bei mir. Die liegt nämlich im Flur. Die liegt im Flur. Der Hund liegt im Flur. Was macht der da nur im Flur? Träumen. Leider... Ich finde voll süß, wenn sie so anfängt zu fiepsen. Ja, ja. Ich kann das ja bei meinen... Leider kann ich euch keine FAs schicken, weil ich hab volle FAs, die ist die... Die waren noch in deinem... In dem ersten Besuch auf Server 8 voll. Hm. Ich riech' nach Blaubeermaffin. Doch, das ist ja voll lieb von dir. Die riech'n ja voll lecker. Dann will mich... Dann will mich jeder anknabbern. Rrrr. 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 Oh Gott. Ich nehm die Honigs mit, ja. Bei Punkt 1 haben sie's auf dem Hof eindeutig besser. Weil sie einfach ein bisschen entspannt ist. Und die sind halt geschädigt durch ihre Vorgeschichte. Und da ist einfach eine entspanntere Umgebung besser für die. Oh ja. Auch zum Beispiel ist einer der Gründe. Aber ja. Ja, stimmt. Gracie's Favorit ist wieder mal. Heute spielt Frankreich und noch jemand. Moment, wir gucken mal ganz kurz nach. Wenn es Gracie's Favorit ist, dann ist es bestimmt Wadais hier, oder? Ja, genau. Heute spielen... Heute spielt Uruguay gegen Frankreich und Brasilien-Belgien. Übrigens, für alle die, die uns ab und zu mal geschrieben haben und Panik hatten wegen Artikel 13. Artikel 13 ist weg. Wurde abgelehnt. Yay. Yay. Das Lied heißt What You See What I See. Fragt Gracie, wie das Lied heißt. Die weiß alles darüber. So, Niana. Sie ist schon auswendig. Ja, Niana hat gerade gesagt, ich stinke. Niana gebannt. Niana, gib Eis weg damit. Weg. Einfach weg mit dem Lappen. Der wird jetzt maximal noch im Bart genommen, um die Kotze aufzuwischen. So. Um den Bart flauschig zu machen. Warum nehme ich dafür einen Lappen? Weiß nicht. Nee. Das ist nicht... Nein, das... Das muss... Weißt du, du machst die Creme auf den Lappen und dann reibst du den mit dem Lappen ein? Nein. Nein, das ist... Nein, nein, ja. Nein, nein, nein. Hä? Also machst du es dann mit der Hand? Die Creme oder was? Ja. Wahrscheinlich in Artikel 13 da stand drin, dass man YouTube Content nur einmal hochladen darf. Das hätte uns... Das hätte echt YouTuber ganz schön kaputt gemacht. Yay. Wir haben das aufgemacht hier. Und da kommt... Da ist Linda. Die Fäsche. Ja, doch, ich finde Linda sieht am besten aus von den Starridern. I'm sorry dann. Starridern. Auch wenn sie ein bisschen sehr dunkel ist von der Hautfarbe. Das passt überhaupt nicht. Hm. Ich finde, alle hier sind komplett nicht so sonnengebräunt wie Linda. Linda ist die einzige, die so ist von der Art hier. Das ist irgendwie strange. Linda passt irgendwie nicht zu den Leuten hier. Vielleicht ist sie auch werbeln. Das kann gut sein, ja. Aber ich finde, Linda ist zu braun gebrannt irgendwie. Ja, wenn sie sehr bin ist, dann muss sie nur ein bisschen in der Sonne rumstehen und sieht dann so aus. Kenne ich von meinem Papa. Immer wenn der sich rauslegt, gegen den kommt niemand an von der Bräune her bei uns. Also Artikel 13 könnt ihr ganz klar sagen. Artikel 13 war der Content Upload Content, der Artikel, der darum ging. Es darf nur eine Sache hochgeladen werden, immer von einer Art. Und da wurde von den ganzen Abgeordneten gegen gestimmt. Und jetzt kommt er nicht. Also alle, die bisher Panik gemacht haben, sind jetzt überstimmt. Kein Artikel 13. Und Ende. Yay. Also wenn du Linda hübsch findest, dann stinkst du wirklich. Was? Jana, jetzt, jetzt reicht's Jana. Jetzt gibt's einfach hier so. So. Das hier ist Jana übrigens. Ja. Deine Jacke sieht aus wie eine Popowurst. Was? Du siehst aus wie eine Popowurst. Wie eine Popowurst vor allem. Oha, die Arme an, ja. Also wirklich, wie eine Popo-Quest also. Eine Popo-Quest. Ihr müsst mich mal beraten. Ich will mir vielleicht noch eine neue Jacke kaufen. Und dann krieg ich mal so euren Rat, wie ihr die findet. Weil die sind momentan voll im Angebot, alle die Jacken. Und ich will mal wissen, wie ihr das so gefällt. Ihr braucht überhaupt nicht mehr wissen, was Artikel 13 ist. Ich brauche euch gar nichts über Artikel 13 zu erzählen. Aber jetzt ist einfach so, dass jetzt Artikel 13 ja war richtig böse. Ja. Och, ah, ah, ah. Und dann kam irgendwann die Abgeordnetin, nah, nee, nee, nee. Und dann, nee, 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 und dann, nee, 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 nee. Und dann ist er weg. Und jetzt ist er weg. Ungefähr das. Genau so war. Genau so war das. Nicht anders. Genau so. Mmmhm. Ja. Und erst hatte Artikel 13, Julian. Das ist ja, ne. Dann kam die Zugene. Dann kam die Zugene. Dann war das so. Man war das so. Du bist wie so ein aggressiver Hund. kann doch kein mädchen schlagen seid ihr sicher dass jana ein mädchen ist jana ist ein lappen ja lappen darf man schlagen lappen sind was lappen sind einfach stoff nein ich weiß sie war so alt wie ich oder viel älter habe entschuldigung finde ich auch viel älter hier baroness die ist 75 habe ich jetzt sehr gut nein also wenn du 75 bist dann bin ich sehr gut gehalten würde ich sagen das ist meine antifalten creme faltex heißt die aus als du bist ja meine faltex creme sie macht die falten weg mit ex jana in den in den in den korn noch mit reinholen da kann sie sich selber rechtfertigen was meinten der chat dazu soll jana noch in den chat reinholen dass wir jetzt haben die bobkett sie machen hilfst du mir soll ich dir muss meinen tan verbessern verstehst du du und deine komischen wortwitzen jetzt müssen wir noch die quest bei low retter verstehst du low retter nicht lustig wiki jetzt ist ihr was ich am meisten als dasselbe stört stern stern und flashblenden wenn ihr nicht wisst was die stern und flashblende ist alles was du bei starse be macht macht wird immer durch einen weißen oder einen schwarzen blitz im endeffekt getrennt ich mag immer wenn ich abends starse spiel und nur so ein bisschen so entspannt so müde bin kommt immer dieses blitzblende immer so das ist total unangenehm abends für die augen ich mag das nicht nein jana ist böse ja der chat will jana ist ja das werde ich in starke verbessern ich würde das einfach in starse verbessern keine permanenten schwarz und flashblenden das ist total unangenehm für die augen ich will ich will in fließenden übergang haben keine flashblenden ins schwarz und weiß und wieder ins schwarz warum macht man sowas ich will das nicht machst du immer die augen zu ja geht euch das auch so da geht es nur mir so weil ich finde gerade abends ist das super unangenehm für die augen tatsächlich mache ich ab und zu auch so dass ich da ein bisschen so da sitze weil das einfach super gerade bei diesen gerade bei den knipsquests bei den knipsquests finde ich es richtig unangenehm weil als ich die als ich die gemacht habe in dann doll wo du in einer tour diese frösche knipsen muss das ist super unangenehm finde ich das hat nie gestört ist für mich echt unangenehm für die augen die brücke reparieren habe ich erst bei der hälfte ich weiß dass das der blitz von der kamera ist aber auch die schwarzblende blendet mich schon ich will einfach ich will ich will eine fließende blende haben einfach das nicht in schwarz blendet jana ist doch bei den neuen quest ist das noch so china als wenn es zumindest bei denen dann doll quest ist das so wo man die frösche fotografieren muss was bedarf das auch noch so ja ich sehe jetzt generell die streams und es ist ein bisschen länger machen aber dafür wird heute wahrscheinlich kein weiteres mehr kommen einfach mit der begründung weil ich noch packen muss p-a-kin bitte keine random japanischen sätze sind die random keine ahnung ich will eigentlich noch machen noch ein bisschen hier die boob cats ich rotiere die frage einfach ob du mit in den stream reinkommen möchtest oder nicht wenn es los geht meinstes fußballspiel und dann war nicht morgen losfahren morgen fahre ich gegen 10 los 10 11 rum da spiel hier die loretta quest gerade dann musst du die ganzen immer herum reiten und kriegst dafür 10 jetzt kriegst du fünf erfahrungen will die mich trollen für fünf erfahrungen bewege ich mich doch nicht echt ist ja unmöglich du kriegst fünf erfahrungen normalerweise für lauf ein meter nach rechts dafür kriegst du fünf erfahrungen die kriegst du fünf erfahrungen für voll für pferde putzen das doch ein witz ich bin ich fühle mich ich fühle mich ausgenutzt von dem bob gett mädchen linda ist aus pakistan echt wirklich wer ist das lied side by side einer hat ja geschrieben also für fünf erfahrungen müssen wir die pferde jetzt hier sauber machen er ist voll geizig mit den erfahrungspunkten die geburtstag dann willkommen kontrakat und alles gute zum geburtstag alles gute zum geburtstag alles gute für dich wir kriegen von dem bob gett mädchen wir so wenig erfahrungspunkte ist voll die beleidigung für uns eigentlich wir sind die retterin der welten aber wie sollen wir dann in die andere gruppe gehen die wir ohnehin schon haben ja machen wir das so sind wir hier satteln das ist ein wach sein weißt du noch ob es ein lied bei apple ne das gibt es das reine epidemic sounds lieder naja nini alles fit ja ich bin grad hier hochgesprintet und jetzt wie hochgesprintet ja jetzt am pc wo warst du denn auf der couch jana chillt einfach so auf der couch habt ihr gehört die liebt euch gar nicht mehr ich bin doch jetzt hier du nudel ne jana du bist nicht da hast du gerade du pinst gesagt ich bin ich bin doch hier zu boden mit dem bösen porschen er macht wieder den selfin kann mir mal sagen wo ich mein pferd geparkt habe irgendwo in der menge glaube ich aber ich weiß oh mein gott sind ja wieder leute ich sollte mich doch rechtfertigen ja ach so wieso warst du nicht aggressiv ja na was fällt dir ein ja wir spielen am pc eigentlich noch spielen auf jeden Fall dafür dass du der männliche Lappen bist der männliche Lappen ja voll männlich oh mein gott das ist janas männliche Stimme übrigens das ist janas raucherstimme also die kinder nicht rauchen und hört euch an wie die rauchende jana hey Silian Silian wenn ich heute in den Zandierung wieder neu installiere sind alle meine daten weg äh ne die sind ja immer noch drin das ist ja wird extern gespeichert in so nem cloud system auch bei steam auch bei steam ist das genauso das sind auch alle spiele immer noch drin jana ist gleich oh 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 o oh Wir wissen ja nicht, wie mich das nervt, dass Spirit hier die ganze Zeit rumeiert. Am Anfang wollte ich immer wissen, wo er ist. Und jetzt ist es hier so, dass Spirit überall ist. Ich habe immer gesucht, so, verdammt, und ich weiß nicht, wo er ist. Wo ist denn Spirit? Immer wieder gesucht. Und jetzt in jedem Stream laufen wir ihm über den Weg. In jedem Stream. Als würde er uns verfolgen. Kann er nicht einmal verschwinden, ey? Ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass Spirit in jedem Stream immer wieder da ist? Ja. Und egal, wo wir sind. Wir sind in Yala. Wir sind in Moorland. Er kommt auf jeden Fall. Er kommt immer mit. Und der Spielstein, meine ich, der Spielstein müsste auch extern gespeichert werden, ja. Aber bei Steam ist das ja auch so. Lila liebt Spirit. Ja, ich habe ihn ja auch ganz gerne, aber das Problem ist einfach, dass er... Wo bereitet er denn hin? Nee, ich finde ihn schlimm. Wenn er die ganze Zeit da ist, ist es wie so ein Stalker. Er ist ja eigentlich ganz nett, aber er ist halt die ganze Zeit da und backt die Kekse, die du nicht willst. Und außerdem hat er Augenbrauen. Ja. Er kann damit sonst was machen. Euch fies anschauen oder lieb anschauen oder er kann damit... Flirten. Flirten? Jana! Jana! Geht das schon wieder los? Ja. Dann bist du endlich über Fifty Shades of Grey weg. Und lass deine Flasche zu. Das war Vic Baird. Was? Vicky, hast du dir eine Flasche aufgemacht, Vicky? Ja. Direkt werde ich dir geschuldigt. Ich kann sie doch mal aufmachen, wenn ihr wollt. Erwetten, Jana, du hast Vicky dazu animiert, die Flasche aufzumachen? Na klar. Verdammt, was für mich. Nein, habe ich nicht. Also habe ich doch die richtige beschuldigt. Nee. Doch. Ich wusste noch nicht mehr, dass sie eine hat. Jetzt weißt du es. Überall Flaschen. Ich wusste nur, dass sie eine ist. Ha, ha, ha. Nee. Also die Jana ist... Und ihr wolltet, dass sie kommt. Seht ihr, dass sie böse sie ist? Die ist so unabzogen. Ja. Also wir können das... Ihr könnt alle mitmachen. Wir haben eine Petition gestartet, dass Jana mal ordentlich dahinteren versohlt wird. Finde ich gut. Ja, wir haben schon 50 Stimmen auf dem Zettel. Bei 150 Stimmen muss das von ihren Eltern gemacht werden. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Hintern versohlen? Das zeigen wir dir dann schon. Okay. Einfach übers Knie legen und dann... So. Faden schlägt sich wieder selbst. Bis der Hintern rot ist. Okay. Ja. Los, das. Aber nicht 50 Leute finden das gut. Ach, wir kriegen genügend Likes zusammen. Nein. Also es hat nie... 20 Likes sind schon. Wir machen einfach so einen Rund-Snap und dann passt das. Warte, wir haben doch jetzt schon 50 Stimmen und es sind 121 Likes. Dann sind wir doch schon über den 150 Likes. Genau. Also alle, die jetzt aktuell im... Alle, die jetzt im Stream sind, haben jetzt automatisch der Sache zugestimmt. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Was? Genau. Das ist unfair. Nee, das ist Demokratie. Nee, nein, das ist Demokratie. Nee, das ist die Demokratie von Trump. Was? 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 Ja. Hallo, Lina. Fabi ist gleich Fabi. Ganz genau. So ist das. Ihr habt meine Tarnung durchschaut. In Wirklichkeit heiße ich nämlich gar nicht Fabi, sondern Fabi. Wo ist mein Pferd? Verdammte Axt. Ich finde mein Pferd wieder nicht. Da ist es. Ich würde mir mal Sorgen machen, das passiert ja nämlich öfter. Ja, das ist mein Alzheimer. Hältst du das nicht anders? Nee, das ist einfach nur die Soli oder so. Demenz. Ja. So ein Toastbruch. Dankeschön. Dankeschön. Emily will nicht, dass ihr mir den Hintergrund macht. Mach's gut, Paula. Ja, gut, dann haben wir immer noch 220 Leute. Das passt. Reicht ja. Ja, Sandy mag auch nicht. Ja, genau. Lunami meint auch Lappen nerven. Ja, das hat nichts mit Hintern zu tun zu tun. Doch, doch. Das zählt alles. Also wir deuten jetzt einfach alles, was im Chat steht, so, dass es für unsere Zwecke passt. Boah, ihr seid Cheater. Cheater? Cheater war ein Affe. Cheater. Fabi ist gleich böse, Jana ist gleich Angela Merkel. Ja. Was? Fabi ist ja noch zu alt. Und schrumpelig. Und dämlich. Was? Ah, danke. Das ist jetzt zu dämlich, um Angela Merkel zu sein. Angela. 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 Ja. Angela. Ich bin die Angela. Angela? Was? Ich will unbedingt Larissa heißen. Was? Warum willst du unbedingt Larissa heißen? Ich will den Namen, der klingt voll zickig. Der klingt voll schön. Nein, der klingt ganz zickig. Warum willst du denn Larissa heißen? Ich finde den Namen schön. Was, wirst du gegen Jana? Oh, geh weg, Spirit. Der ist unnormal. Ja, aber deswegen bist ja du unnormal. Um das auszugleichen. Ja. Hallo. Hi. Funwender. Funwender ich und mein Funwender. Ich habe einen Funwender. Ja, 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 ja. Sehr gut, Sarah, lieb. Du hast einen echt komischen Musikgeschmack, Vicky. Meine Stange ist mir egal. Du spasst. Hast du nicht gesagt, Vicky. Du hast mich das Spatzen. Wenn man sich selber schlägt und es wehtut, ist man dann stark oder schwach? Man ist entweder verweichlicht. Aua. Moment, was? Niemand hat da geschrieben, dass ihr das machen sollt. Das war dein Bauch. Wow. Jana, danke für diese Information. Zum Widerkopf, ey. Warte, wenn ich gegen meine Stirn haue. Warte. Warum machst du das? Au. Aua. Ich sollte damit aufhören. Ja, solltest du. Ich weiß nicht, Gracie. Fabi, du musst das auch einmal machen. Nein. Doch, doch. Ich möchte nicht zwei... Nee, ich möchte keine Spaghetti jetzt. Ich habe hier zwei Taube Nüsschen. Sie sind doch nicht taug. Wir hören dich ganz klar und deutlich. Ja. Oh mein Gott, sie hat deutlich gesagt. Sie hat nicht deutlich... Als ob ich deutlich sage. Das hört sich komisch an. Du hört sich komisch an. Du auch. Spannend. Warum glaubst du etwas faul sein könnte? Loretta's Tasche. Selber Spaß. Wisst ihr, was ich mich frage? Wieso gibt es den Namen Charlotte? Hallo? Hallo? Gleiche Frage. Wie viele gibt es den Namen Jana? Nein, aber... Genau das Gleiche. Wie ist der böse Mandy? Doch, irgendwie schon, Jana. Sehe ich gar nicht so. Pesto mag ich super gerne. Ich mag Pesto richtig gerne. Essen. Ist das das, was man auf die Nudeln macht? Ja. Das ist quasi diese konzentrierte Soße, die sich festklebt an den Nudeln. Ich mag das so gerne, Pesto. Wir haben das früher mal gegessen. Pesto mit noch so ein bisschen Pinienkern oder irgendwas in der Art. Und dazu noch so ein bisschen Parmesan drüber, finde ich richtig geil. Aber das kann man auch gut essen, wenn es warm ist, weil dann... Man halt... Das Pesto macht man ja eher kalt dran. Ich mag keinen Käse. Das wissen wir, Jana. Ich weiß. Ich hol dir mal den Käse. Jana pult den Käse von der Pizza. Ich pule ihn nicht von der Pizza. Ich schneide ihn. Wie machst du das? Schneiden. Wie? Ich will das trotzdem technisch verstehen, wie das gehen soll. Messer? Nee, mit einem Messer. Nee, irgendwie nicht. Okay. Schneidest du dann den Teig ab? Nein, den Käse. Ja, aber dann musst du ja den Teig beschneiden. Ich meine, wir können auch den Teig eigentlich... Äh, doch. Wir würden das sonst machen. Ja, halt ohne den Teig abzuschneiden. Was? Was? Ihr habt's gehört, Jana schnitzt gerne an Pizzastücken rum. Und an Holz. Oh mein Gott. Was? Was? Nichts. Jana, du müsst mal ein Gespräch mit dir führen, ohne dass du... Warte. Warte. Warte und Wolle als Alternative. Okay, das schaffst du, das hältst du nie im Leben durch bis zum Ende des Streams, Jana. Okay. Ja. Mit welchem Sorge bist eigentlich du gerade, Jana? Äh, Warte? Ja, äh, zwölf Sekunden. Hä, nein, ich dachte, ich sollte das sagen, hä? Nein, du solltest kein Warte sagen. Ich hab Watte gesagt. Also gar nicht. Ich hab Watte gesagt. Das ist mit euch lang wie Warte. Das kannst du dir nach anhören. Moment, was? Watte. Nein. Und Wolle. Nein. Hä? Aber ich hab doch die... Das waren doch die drei. Wörter. Loretta, Tan und... Sophia. Oder nee, diese Julie da. Ach so, Julie war das. Oh nein, ich weiß nicht, wann hatten die denn Geburtstag? Oh, ich weiß es nicht. Oh, Fabi. Hat eine von ihnen gesagt, dass sie im Frühling Geburtstag hat? Was, Loretta? Ah, nein. Es läuft auf Julie raus. Ah, nein. Ich hasse, dass wir das... Vicky hat dich gespoilert. Gespoilert. Loretta hat eine Urge... Julie's Papa ist nicht ihr biologischer Vater. Ich misshandel doch keine Pizzen. Nein, du doch nicht. Hallo? Ah, sie ist Julies Schwester auch sehr gut. Danke, die Vicky. Bitte schön. Ach so. Das ist, wenn man die Quest nochmal macht und es einfach nur durchskippt und dann hat man vergessen, auf was man achten musste. Dann war das... Ja, hat sie Victoria mit das Gelmegen. Alle drei Teile. Ähm... Vic Baird? Ja. Ja. Und Vicky möchte den auch unbedingt mal schauen. Nein. Das hab ich nie gesagt. Dankeschön für eure Julie-Aussagen. Zu gestern. Ah. Nein, ich hab gesagt, wenn du unbedingt willst, dass ich mitschaue, dann muss es so sein, dass da am nächsten Tag keine Schule ist. Oder früher. Du bist schon früher, du. Ja, hab ich doch auch gesagt. Ja, ist okay. Ja, aber ich hab nicht gesagt, dass ich das unbedingt schauen möchte. Doch, ich weiß das. Nein. Ich spüre es. Nein. Wo spürst du das denn? Im Herzen. Jana hat ein Herz. Was? Du hast schon wieder was gesagt. Ich bin der herzlichste Mensch, den es gibt. Herzlich ist ja nicht mal ein Wort. Jana, siehst du das vom Blumen? Ach ja, apropos schwarze Lederjacken. Wollt ihr mal gucken? Ich möchte mal eure Meinung dazu haben. Zu deinen Jacken. Ja. Ihr müsst mich jetzt mal beraten. Du bist komisch. Danke. Weiß ich. Marei gesagt, ich bin ein Toastbrot. Okay. Wir gucken jetzt mal. Wir machen jetzt Hashtag Jacken für Fabi. Nein, machen wir es nicht. Aber ich will euch eine Jacke zeigen und ihr müsst mir sagen, wie ihr die findet. Hashtag Fabi ist herzhaft. Was? Nein. Was? Dann bist du... Dieser Hashtag macht kein... Ach, egal. Dann bist du salzig. Moment, was? Herzhaft heißt nicht, dass ich... Egal. Okay. Oder fettig. Ja. Okay. Moment. Bildschirmaufnahme da. Hier ist er. Diese Jacke überlege ich mir zu kaufen. Weil die ist super reduziert. Es ist 50% reduziert. Und ihr müsst mir sagen, wie ihr die findet. Findet ihr die gut? Welches Filme-Genre ich mag? Ich finde die gut. Also im Endeffekt muss ich sagen, ich mag fast alle Filme von der Art her. Es gibt Horrorfilme, die ich mag. Also ich mag eigentlich immer... Ich mag keine Genres. Ich mag Filme. Also ich mag Horrorfilme sowie auch Komödien. Dann halt Hintern versorgen ist auch gut. Okay, Gloria. Ja. Aber ich selber... Achso, das hat mich schon. Hi, Maya. Hi, Stella. Wie lange ist es noch ein bisschen? Das ist ein Jahr nachher geben. Hi, Joey. Cool, cool. Weiß ich gar nicht. Die ist teuer. Ja, ja, aber die ist 50% reduziert. Und ich mag Tommy Hilfiger Sachen super gerne. Deswegen will ich mir... Deswegen mache ich es mir auch nicht so leicht, die zu kaufen. Ich fand die eine schön. Also... Die eine hatte Stoffärmel. Also bisher finden die Leute sie sehr, sehr schön. Also mir gefällt die nämlich auch sehr gut. Ja, ich mag die auch. Aber ich finde die schön, wo noch ein Pulli drunter war. Die mit dem Roten. Ja, ja, ja. Das war doch die, Anna. Achso, ich konnte nicht schauen. James Schatzjagd. Ey, das gibt so wenig Erfahrungspunkte. Es gibt so wenig Erfahrungspunkte. Das ist so ein Witz. Okay, also das ist... Wisst ihr, weil die selbst mit 50% reduziert ist sie immer noch ziemlich teuer. Und deswegen überlege ich da halt einfach dreimal dran. Weil die einfach echt teuer ist. Aber ich mag den Stil sehr, sehr gerne. Also es fragt mich, dass die euch gefällt. Dann kaufe ich mir die vielleicht bald. Was meinst du? Wie das Lied heißt. Ähm... Survive it. Ich muss gleich mal gucken nochmal. Ich gucke nach dem Rennen nach. Also ich lebe mir noch ein bisschen den Secondary Account gerade. Warum muss es einen Jana-Tag geht? Was macht man an dem Tag? Gegen die Wand laufen? Okay, Alina. Müller-Milch trinken. Ja, das ist doch aber schon längst nicht mehr so dein Ding, Jana. Aber ich habe heute noch... Ich weiß, was man an dem Tag macht. Ich weiß, was man an dem Tag macht. Jana, jetzt weiß ich es. Wir setzen uns alle hin und schälen Pizzan. Wir poolen gemeinschaftlich Käse aus der Pizza. Wie viel kostet die? Die kostet 124 Euro. Und normalerweise kostet die 250. Aber wie kannst du dir eine Hose... Moment, ausziehen? Warum soll ich mir die Hose ausziehen? Was zum... Ich wurde bestimmt von Jana beauftragt, das zu schreiben. Was? Ja. Wieso? Das erinnert mich an die Sportkleidung, Jana. Ja, Hilfiger mag ich total gerne. Also ich mag generell die ganzen Tommi-Hilfiger. Ich habe auch... Ich habe... Mein Duft ist von Tommi-Hilfiger. Tommi-Boy. Tommi-Boy. Dein Duft. Ja. Aber ich dachte, du stehst. Ein komisches Leder-Deo. Nein, nein, nicht das Leder- und Kekse-Deo. Das ist von Axt. Kekse-Deo? Ja, Leder- und Kekse-Deo. Leder. Leder-Kekse-Deo. Ja. Leder. Ja. Warum wiederfragst du beide Hälften immer wieder getrennt voneinander? Ja, Leder- und Kekse-Deo. Das heißt, es riecht nach Leder. Ne, nach Keksen und Leder. Ja. So was gibt es? Das dachte ich mir auch. Ja. Echt? Erschreckenderweise. Ja, es gibt Axt, Leder und Kekse. Hier, Moment. Ich zeige jetzt mal in den Streamchat rein. Hier. Axt, Leder, and Cookies. All dies will ich mir nicht glauben. Hier. Das hier ist Axt, Leder und Cookies. So. Leder- und Cookies-Body-Spray. Der einzigartige Duft riecht nach Leder und Keksen. Ja. Leder und Kekse steht drauf. Nach Leder. Ich dachte immer, Leder stinkt. Okay. Leder und Kekse. Sauber, frisch und voller Energie. Was für ein Zeufel. Das habe ich noch nie gehört. Und das hast du? Ja. Ja. Und das benutzt du? Nee. Ich puff's da immer nur rein. Ja, ja, klar. Oh, ich will das mal riechen. In acht Minuten das Jump. Das ist ja aber great. Suche den Hund in der Nähe von den anderen Menschen von Pinta. Wo ist denn der Hund? Wisst ihr, wo der Hund gerade ist hier? Ach, da vorne glaube ich ist. Da vorne ist der Hund. Was ist das für Männer? Nee, ich nutz Frauen-Dio. Es gibt ja auch... Femolin. Was? Femolin? Meinst du... Feminin? Nein, Femolin. Es ist eine Mischung aus männlich und weiblich. Ja, die Mischung aus maskulin und feminin ist Femolin. Ja, dann hast du die Twitter. Julia, ich seh deine Nutze noch nicht, aber ich achte drauf. Femolin. Ja. Machen wir das Jumpy? Nee. Mach ich dann ab elf auf dem Account immer Jumpies dann. Ja, dann machst du ein Jumpy. Ja. Yay. So, war acht. Momentan bin ich auf sieben. Das heißt, beim nächsten Mal wechseln. Also spätestens ab elf, nämlich dann können wir nachher auf die Vorpinter-Party gehen. Wo muss ich ja... Warum sieht man denn eigentlich die Quest hier gar nicht? James Schatz, ja. Ja, du hast noch acht Minuten. Ja, ich korrigiere mich. Mal Pinter-Party gehen. Wann ist die denn in... Ich glaube um 18 Uhr oder so macht die erst auf. In sechs... In sieben Minuten ist er die von... Können wir nochmal da machen. Die von... Nein, mein PC darf man nicht klauen, weil dann könnte ich ja nichts mehr machen. Das wäre ja voll blöd, ne? Wie bitte hier, wann ist das Jumpy? 6,50. 6,50. Also genau, wenn die Party anfängt. Ja. Party und Jumpy, passt doch. Reimt sich fast. Einfach überhaupt nicht. Jumpy, Party. Hallo, Linnea. Hey, Linnea. Hallo. Hallo. Glotzi. Äh, Golzi. Er war gestern auf Saberle. Ich find Femur. Sie ist Glotzi gewesen. Leid. Glotzi? Ja. Glotzi? Ja. Das würde ich meinen nächsten Wind nennen. Was? Warum willst du Dobi ersetzen? Nein, wir kriegen bald einen zweiten Hund, aber er wird weiblich. Warum? Weil. Hä? Was denn? Hä? Was geht's wieder mit deinem Kopf los, Jana? Du warst mit dem Erklären von was, was wir dich gefragt haben und dann hast du aufgehört, zu weiter zu erklären und dann hast du nur was? Hä? Was willst du denn wissen? Ja, was ich gefragt habe. Also warum ihr... Ja, noch fünf Minuten. Warum ihr einen zweiten Hund jetzt bekommt. Würde wir gerne einen zweiten Hund haben wollen. Zumindest du willst ihn zum Betütteln und dein Vater muss dann mit ihm rausgehen. Nein. Ja. Ich meine, mein Papa wollte schon immer einen zweiten von der gleichen Maße. Ach Gott, der kriegt noch einen Dobi. Ja. Er hat einen kleiner, weil er ist irgendwie groß geraten. Was? Okay. Hey, Chino. Und dann züchte die oder wie. Was sind denn die Katzen? Ich bin genau da gekommen, wo man sich anmelden konnte. Ja, na, schau mal, mein Pony. Ich war hässlich. Nein. Dann Isi hat einen Paint-Ausrutscher. Na und? Ja. Das ist süß. Hm, wo ist denn hier noch eine Katze? Hm, na ja. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern an diese Quest mit den Katzen. Aber hier, sie warst doch eine. Ja, Vicky. Ja. Dein Pferd schimmelt ein bisschen. Ah, ha, ha, ha. Weißt du, Upsi, das... Upsi sagt mir irgendwie was. So geil, wie Yoyosiba genau in der Stelle steht, wo die Katze normalerweise stehen soll. Deswegen fliegt die Katze über ihr. Okay. Yoyosiba, kannst du mal weggen. Ich will diese Katze retten. Dankeschön, danke. Die ist dämlich, aber die Stimme passt, weil in echt hat sie genau die gleiche Stimme. Ja, die ist halt sehr, sehr kratzig, ne? Sie hat halt eine sehr... Also später wird das auch nicht mehr so markant sein. Aber in ihrem Alter, jetzt ist es halt dann schon ziemlich markant, so eine Stimme zu haben. Wo ist denn mein... Ja, da. Wo ist denn die letzte Katze? Eine war, glaube ich, in der Disco. Ja, die hatten wir gerade. Vielleicht ist die eine noch da oben drauf. Und dafür kriegen wir wieder irgendwie fünf Erfahrungspunkte. Das ist voll der Abzockerbärt hier. Der Abzockerbärt. Der Abzockerbärt noch. Echt? Oh nein. Okay, im Stall ist die letzte Minder. Okay, dann gucken wir da nochmal rein. Ja, stimmt. Da ist noch eine. Ja, ich habe sie gesehen. Dankeschön. Ich überlege, ob ich mir auf dem zweiten Account die anderen Haare noch kaufe, aber es ist mir halt mit rein, dass da ganz schön viel, ne? Ja, nein, ist auch Winterstar. Vielen Dank für die Info. Wisst ihr, welche Person James finden muss? Also welche Butler eins... Achso, ja. Ich bin ein Idiot. Natürlich ist das Butler der Butler von der Baroness, oder? Cupcake beschwert sich, dass man Jojo nicht Jojo ausspricht, sondern Jojo. Echt? Jojo? Jojo Si. Hi, Lea. Jojo Si. Jojo Si. Würde es da nicht Cyber heißen? Cyber? Wieso? Das heißt doch... Cyber heißt doch irgendwas mit Internet, oder? Server, meinst du, wenn dann? Nein. Cyber. Cyber, aber nicht Cyber. Ja, aber das klingt so ähnlich. Aber wegen dem I. Du sprichst doch kein I aus, so. Oh, du Scheiße. Wie lange machen wir noch? Äh, nicht mehr so lange. Nicht mehr so lange. Jana. Würde es sagen. Das soll übrigens, wenn ich hier an, dass ich hier an, da und hin und her, ähm, mich transportieren lasse, aber ich mache halt gerade nebenbei noch die Quest. Das Petra Sweetnose. Also ich weiß nicht, ob ich heute vielleicht noch mal in der Nacht oder sowas irgendwann streamen, aber, was ich, aber ich werde jetzt halt auf jeden Fall, ähm, gleich Schluss machen und mal gucken, ob wir da noch mal eine Runde heute Abend machen. Aber ja, dann erst mal einpacken und umräumen und alles angesagt. Ey, fünf Erfahrungspunkte ist doch nichts. Warum? Ah. Ah, nee, nicht die California Jones Quest Reihe. Ich hab, da hab ich echt keine Lust gerade drauf. Ah. Nee, ich hab, da mach ich hier lieber Schluss für heute. Jetzt ist gerade wieder so diese, diese Ruhephase von den Quests her. Die geben kaum Erfahrungspunkte und du hängst da da ewig dran immer. Ja, weil Jujo hat ja extra eine Sprachnachricht vorhin geschickt. Also die kommt ja auf jeden Fall wieder. Von daher, Jasmin, ist ja wieder da. Und hey, Lina. Ach so, danke, Sandy. So ein Hey-Stern-Schuppe. Ich verabschiede mich damit dann und die Mädels. Wir sehen uns vielleicht noch mal heute Abend wieder. Kann ich aber nicht garantieren, je nachdem ich durchkomme mit dem Einpacken. Dann ist noch einiges zu packen und Kartons zusammenzubasteln und wie auch immer. Und Jumping machen wir dann, sobald ich mit dem Level 11 bin, dass ich zumindest so eine normale Ausrüstung habe. Dass es nicht so unmöglich ist, gehen die Leute anzureiten. Machen wir dann aber auf jeden Fall. Ihr seht mich spätestens in einem Tag wieder. Vielleicht kommt aber morgen Abend noch... Vielleicht kommt morgen Abend noch ein Stream, wenn ich umgezogen bin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Bleibt geschmeidig. Bis nachher oder morgen. Julia, ich sehe keine Luz. Es tut mir leid. Wirklich, es tut mir leid. Wirklich, es tut mir leid. Bis nachher oder morgen.